Musik Die Kinder sind zur Schule und der Gatte im Büro Solche Freiheit macht doch eine Hausfrau immer froh Sie wischt noch schnell die Fenster, putzt den Küchentisch und dann zieht sie leise summend ihren roten Tanga an Da klingelt es, ihr Herz schlägt schneller und der Grund dafür steht mit einem Päckchen unterm Arm vor ihrer Tür Wladimir, der Wladimir, das errollt er wie keiner hier Er ist der schönste Mann im Land Wladimir vom Hermes-Paket versandt Die Augen blau wie Terrence Hill, die Schultern breit wie Schweigerstil Jede träumt, dass er sie küsst, weil er scharf wie Wodka ist Gegen Wladimir haben alle anderen Männer Not Da ist sogar Brad Pitt so sexy wie ne Scheibe Brot Keine Frau von West bis Ost Singt an dieser Stelle den falschen Text Außer Tina Häusermann, das gehört auch nicht zur Show. Ja, Tina Häusermann. Und ich sag noch extra in der Maske, schminken Sie mir mal die Ohren ab. Wenn was passiert, werden die rot. Ist auch erstaunlich, man sagt immer bei Frauen Multitasking, deswegen sitzt sie da. Ich kann gleichzeitig Klavier spielen und singen. Aber Hasitz, lass mich nicht so hängen, mach weiter. Ich würd ja, aber ich weiß ja jetzt auch nicht mehr. Das ist nicht dein Ernst. Die Frauen sind im Fieber, aber ich spiel ja auch nicht Klavier. Die Frauen sind im Fieber und die Männer sind bankrott. Und das liegt nur an Wladimir, dem Hermesversandgott. Sie denken an sein Lächeln und schon werden wie bekloppt. Tja, Rasenmäher, Kuckucksohren und Sofas, Homegeschoppt. Er ist der Grund, warum fast jede Frau hier in der Stadt, wenn ihr Mann mal ran will, plötzlich die Migräne hat. Wladimir, der Wladimir, das errollt er wie keiner hier. Er ist der schönste Mann im Land, Wladimir vom Hermespaket versandt. Die Augen blau wie Terencey, die Schultern breit wie Schweigerstil. Die Frauen seufzen, schatzt ihn auf, zeig mir dein Kalaschnikow. Doch drängeln sie, komm schnell ins Bett, sagt Wladimir, muss weiter, jetzt. Balalaika, Orchestra! Keine Frau von West bis Ost träumt noch von Peter von der Post. Und keine will aufs Bärenfell mit Dominik von DHL. Selbst der blonde Ulf von Obst ist nur ein kaki-farbener Pups. Gegen Hermes, Wladimir, das Paket- und Päckchentier, den Paket- und Päckchenstier. Wladimir, der Wladimir, das errollt er wie keiner hier. Er ist der schönste Mann im Land, Wladimir vom Hermespaket versandt. Die Augen blau wie Terencey, die Schultern breit wie Schweigerstil. Doch flieht mal einer an der Tür. Ach, Wladimir, besorg es mir, sagt er klar. Und grinst kokett, musst du bestellen im Internet. Dei, 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 dei. Ihr Haus von, solang dieser Mann noch von Tür zu Tür tingelt, zieht euch einen Trang da an, wenn der Postmann zweimal knägt. Ich bin da, Wladimir. Tschüss, tschüss! Spasibo! Los drücken! Zu zweit! Ich bin da, ich bin da, ich bin da.